Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Wir schauen uns heute eins der fünf Sinnesorgane an und zwar den Mund. Es geht um den Sinn Schmecken und wenn wir vom Sinnesorgan Mund sprechen, dann reden wir eigentlich direkt von der Zunge, denn dort läuft das Schmecken ab. Der Prozess des Schmeckens läuft dort ab. Warum? Dafür müssen wir uns den Aufbau der Zunge angucken. Ja, damit fangen wir einmal an. Wir haben einmal eine Oberseite und eine Unterseite. Die Oberseite, die wird als Zungenrücken bezeichnet und die Unterseite als Zungengrund. Zur Oberseite gehört einmal die Zungenspitze und dann auch noch die Zungenränder, also links und rechts. Die sind beweglich. Ja, und dann haben wir noch eine Zungenrinne, die sich mittig der Zunge befindet. Dann befinden sich auf dem Zungenrücken natürlich auch sogenannte Papillen. Das sind so kleine Erhebungen, die unterschiedlich gestaltet sein können. Auch je nachdem, wo sie lokalisiert sind. Es gibt Papillen, die weiter hinten liegen und es gibt Papillen, die einfach weiter vorne auf der Zungenspitze zum Beispiel liegen. Naja, und vom Aussehen her unterscheiden wir dann einmal die Pilzpapillen, die Blätterpapillen und die Weilpapillen. Ja, und diese Papillen, die haben wir ja gerade durchgegangen, dass sie vom Aussehen zu unterscheiden sind. Es gibt aber auch noch funktionale Unterschiede. Es gibt nämlich einmal mechanische Papillen und einmal Geschmackspapillen. Die mechanischen Papillen, die ertasten aufgenommene Nahrung und die Geschmackspapillen, die nehmen halt eben die aufgenommene Nahrung wahr und leiten dann die Informationen davon auch ans Gehirn weiter, damit wir irgendwann wissen, was wir überhaupt gegessen haben. Ja, die Unterseite haben wir schon behandelt. Ja, kommen wir zu den Geschmacksbereichen, zu den Geschmacksrichtungen. Wir haben fünf Geschmacksrichtungen. Es gibt bitter, sauer, umami, salzig und süß. Sicherlich sagen dir vier davon zu. Die kennst du sicherlich, die Begriffe. Eventuell hast du Umami noch nicht gehört. Das ist eine Geschmacksrichtung, die immer gerne vergessen wird. Das ist so ein fleischiger, herzhafter Geschmack, der eben auch zu den fünf Geschmacksrichtungen zählt. Ja, und man sagt eigentlich, dass man sich darüber streitet, ob die Geschmacksrichtungen an jeder Stelle wahrgenommen werden können oder ob es sogenannte Bereiche gibt. Also, dass man zum Beispiel hinten eher bittere Nahrung schmeckt und vorne eher süße Nahrung. Genau. Aber, ja, das wurde, ja, falsifiziert. Also, man kann sagen, dass es eben keine Geschmacksrichtungsbereiche gibt. Deswegen streichen wir das jetzt auch einmal durch. Sondern, was richtig ist, ist nämlich, dass wir an jeder Stelle unserer Zunge dieselben Geschmäcker wahrnehmen können, dieselben fünf Geschmacksrichtungen wahrnehmen können. Also, wir können vorne an unserer Zungenspitze alle fünf Geschmacksrichtungen wahrnehmen. Genauso wie hinten, rechts, links, diagonal. Genau. Ja, das ist die Information, die du mitnehmen solltest. Also, es gibt keine Geschmacksbereiche, sondern man kann an jeder Stelle alle fünf Geschmacksrichtungen gleich stark wahrnehmen. Und, ja, da wären wir auch schon am Ende dieses Lernvideos. Im Lerntext kannst du gerne nochmal alles Weitere nachlesen und, ja, dir auch nochmal durchlesen, wie der Prozess des Schmeckens abläuft. In den Übungsaufgaben kannst du dann natürlich auch dein Wissen testen und anwenden. Ja, dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Lernvideo. Bis bald!